Prüfungen von Osiris 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 Diese Runde hat sich der Gegner geholt. Hol du dir die nächste. Gegner wiederbelebt. Beide Teams fliegen gleich auf. Diese Spannung. Ha, ich liebe es. Wieder gefallen. Oh. Oh. Ganaden, Faustkämpfe und Kugelhäbel. Hüter, mein Herz rast noch immer. Dein Team führt. Bleib dran. Güter gefallen. Güter gefallen. Ja, zwei erledigt. Weiter geht's. Ha! Hör nicht auf! Dein Verbündeter kann wieder kämpfen. Güter gefallen. Diese Runde ging an deinen Gegner. Nächstes Mal, mein Freund. Die Team sind gleich auf. Presche vor, Hüter. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Diese Runde hast du verloren. Mach nichts. Hol dir einfach die nächste. Das gegnerische Team führt. Zeig ihnen, wie hungrig du bist. Zahl. Das ist gut. Eine Sekunden. Das ist gut. Ich sage euch. Okay. Noch eine Minute, mein Freund. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Füter gefallen. Diese Runde hat sich der Gegner geholt. Hol du dir die nächste. Deine Gegner glauben, sie könnten gewinnen. Tja, zeig's ihnen. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Gegner geschlagen. Mach das nochmal. Matchpunkt. Du hast schon größere Rückstände aufgeholt. Das hier ist ein Kax. Das hier ist ein Kax. Noch eine Minute, mein Freund. Noch 30 Sekunden. Güter gefallen. Runde gewonnen. Dein Team steht richtig gut da. Nimm dir einen Moment zum Durchatmen. Finale Showdown. Geht alles. 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 Noch eine Minute, mein Freund. Noch 30 Sekunden. Die Dunkelheit kommt, erobere die Zone und hol dir dieses Match. Die Dunkelheit kommt, er wird in der Mitte, er wird in der Mitte. Die Dunkelheit kommt, er wird in der Mitte, er wird in der Mitte, er wird in der Mitte. Die Dunkelheit kommt, er wird in der Mitte, er wird in der Mitte. Und ich auch nicht. Die Dunkelheit kommt, er wird in der Mitte. Die Dunkelheit kommt, er wird in der Mitte.